Hallo und herzlich willkommen, hier ist Horst Weber Apollo Edelmetalle. Ja, bei dieser Landschaft kann man sich richtig schön vorstellen, wie ein Seeadler hier reinfliegt. Es gibt ein neues Münzprogramm, das nennt sich Andorra Nature und das wird ein Zyklus sein von sechs verschiedenen Münzen und da gibt es diese wunderschöne Münze Seeadler. So, hier sehen wir jetzt in Andorra Eagle den Seeadler und schauen wir uns gleich mal die Münze an, die ist wunderschön verpackt in einer Hart-Kunststoff-Verpackung. Wieder hier Andorra Nature und hier drin ist die Münze wieder entsprechend in den Umrissen von Andorra gezeigt. Also wirklich farblich ganz toll aufbereitet, hat so einen kleinen 3D-Effekt diese Münze. Alles sieht wunderschön aus mit den Umrissen eben von Andorra. Andorra ist der Pyrenäenstadt zwischen Frankreich und Spanien und hier haben wir eben den Seeadler. Ja, die Auflage ist sehr klein, es gibt weltweit nur 3000 Stück. Das schauen wir uns gleich mal hier an. Hier haben wir noch mal unseren schönen Seeadler. So, dann haben wir hier in der Währung als Dinéer, 10 Dinéer, Silber 999, eine Unze, 31,1 Gramm. Eben nur 3000 Stück weltweit. Schlagen Sie schnell zu, es kommt bald Weihnachten. In diesem Sinne, Andorra, der Seeadler, wunderschöne Münze. Bis dann, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.